Herr Kettner, mir reicht es jetzt. Ich habe vor fünf Jahren auf Ebay Gold gekauft, habe mir jetzt dieses kleine Gerät bei Ihnen bestellt und habe festgestellt, eine von diesen Münzen ist tatsächlich ein Fake. Und dann haben wir das gar nicht glauben können, weil tatsächlich haben wir es sehr selten mit Fälschungen zu tun. Der gute Herr, der schon seit zehn Jahren bei uns auch Münzen kauft, der hat halt quer über den gesamten Markt verteilt immer wieder was bestellt, hat dann eben mit diesem Gerät festgestellt, es handelt sich um eine Fälschung. Und wir haben es über unsere Röntgenflurezent und über das Gerät ebenfalls geprüft und es war eine Fälschung. Natürlich war ein gewisser Anteil Gold dabei, aber am Ende war die Münze nicht mehr als 400 Euro wert. Und wenn man bei einer Unse Gold, die sich irgendwo zwischen 1500 und 1600 Euro, 1650 Euro bewegt, wenn man dann feststellt, dass so eine Münze entsprechend nur 400 Euro wert ist, dann tut das doch sehr, sehr weh. Und oftmals ist es genau das, dass die Gier einen dazu verleitet, dass man entsprechend Münzen kauft oder Goldstücke, Goldbachen, was auch immer, die im ersten Moment sehr günstig wirken. Wir haben jetzt drei Münzen mitgebracht. Zwei davon sind nahezu fälschungssicher. Da haben wir bis heute noch nie eine Fälschung in dieser Form gesehen. Eine der Münzen wird relativ häufig gefälscht. Sie sehen hier neben mir diese wunderbare Schatzkiste und drei meiner Lieblingsmünzen. Und ich verrate Ihnen dann auch, wie sie für sich möglichst fälschungssicher, auch ohne dieses Gerät, das wir auch unter dem Video ebenfalls nochmal verlinken werden, für denjenigen, der sich ebenfalls dafür interessiert, ob seine Goldschätze, die er sich über die Jahre aufgebaut hat, alle echt sind. Im Übrigen kann man damit auch Silber, Platinum, Palladium und weitere Edelmetalle testen. Nichtsdestotrotz sehen Sie hier neben mir die eine Unse Gold, Britannia, die jetzt im Jahr 2021 erstmals mit maximaler Sicherheitstechnik ausgestattet ist. Man hat ein kleines Microengravement, das einen sogenannten Dreizack, den Dreizack, den auch die Britannia in ihrer Hand hält, inne hat. Das heißt, wenn man diese Wellenstruktur oder wellenförmige Struktur mit den leichten Anhöhen sich anschaut und die Münze etwas im Licht bewegt, dann sieht man in der Nahaufnahme, die wir hier auch mal einblenden, diesen kleinen Dreizack. Und das ist schon mal ein Sicherheitsmerkmal. Außerdem kam dazu, dass der Hintergrund ebenfalls mit einer neuen Technologie ausgestattet wurde, ebenfalls mit dieser Radialstruktur, sodass die Münze wirklich nahezu fälschungssicher ist. In Großbritannien gibt es überhaupt keine Diskussion, da ist die Britannia die Nummer 1. Und wir merken es auch immer mehr, die Britannia nähert sich mittlerweile sogar den Umsätzen bei uns im Online-Shop von einem Kangaroo Nugget oder von einem Maple Leaf an. Der Maple Leaf, der ja jahrelang hier federführend mit seinem kleinen Micro-DNA, also mit seiner Mikro-DNA in Form eines Ahornblattes, in das dann wiederum der Jahrgang eingeprägt oder eingraviert wurde war und somit auch eine entsprechende Fälschungssicherheit gewonnen hat, hat sich hier eigentlich über die Jahre an Platz 1 der sichersten Münzen etabliert. Sogar die Silbervariante war auf Platz 1 oder ist auf Platz 1, weil sie eben vor Milchflecken geschützt ist. Aber darüber machen wir ein separates Video. Und als dritte Münze sehen wir den Krügerand, die meistverkaufte Goldmünze der Welt ohne jegliche Sicherheitsmerkmale. Und da stellt man sich schon die Frage, warum kann denn eine Münze, die diese Sicherheitsmerkmale nicht besitzt, wie ein Maple Leaf oder wie eine Britannia, so weit vorne liegen? Das liegt einfach und einzig und allein daran, dass der Krügerand schon seit 1967 existiert und dass der Krügerand eben aufgrund dessen sein Design nicht verändert. Man möchte diese Bekanntheit nutzen, um die Münze über Jahre hinweg immer bekannter und bekannter zu machen. Es gibt zwar schon kleine Besonderheiten. Beim 50. Jubiläum zum Beispiel hat man eine 50 und 50 Anniversary eingraviert. Aber um es kurz zu machen, die Britannia und der Maple Leaf sind deutlich sicherer als der Krügerand, wenn er auch die beliebteste oder die meistverkaufte Goldanlagemünze der Welt ist. Jetzt für diejenigen, die sich dieses Video ansehen und sich wundern, warum der Krügerand in so einem leichten Rotstich erscheint, das ist ganz einfach. Der Krügerand ist keine reine Feingoldmünze, sondern hat einen Anteil von 91,6% Feingold und der Rest ist Kupfer. Und diese Mischung macht die Münze auch schwerer als den Maple Leaf und als die Britannia, nämlich der Maple Leaf und die Britannia, mit 999,9% Feingehalt. Es sind reine Feingoldmünzen, sind deswegen auch in diesem wunderschönen, edlen Glanz, sind auch etwas empfindlicher, was Kratzer und Fingerabdrücke betrifft. Und der Krügerand ist entsprechend härter, wiegt dann auch entsprechend mehr. Der Krügerand mit über 33 Gramm ist etwas schwerer als der Maple Leaf und als die Britannia, hat aber trotzdem eine unserer Gold in sich. Für Sie also die Frage, wenn Sie ganz sicher gehen möchten, dann investieren Sie in nagelneue, prägefrische Ware von der Britannia und vom Maple Leaf. Wir beziehen die Ware direkt über die Hersteller, das heißt, selbst beim Krügerand können Sie bei einem Händler wie bei uns absolut sicher sein. Wir prüfen jede Münze bei uns im Lager auf Echtheit und wie gesagt, wir bieten auch seit kurzem dieses Gerät für 1.190 Euro an. Das ist für größere Investoren auf jeden Fall jeden Cent wert. Ich habe es selbst immer bei mir, es ist sehr leicht, man kann es sich auch mal in die Hosentasche stecken, wenn man Kundenbesuch hat oder wenn man vielleicht auch mal in der Krisenphase Münzen angeboten bekommt und einen Gegenwert tauschen möchte, dann kann man relativ schnell feststellen, handelt es sich mit dieser elektrischen Leitfähigkeitsmessung um eine echte Münze. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich ein bisschen aufklären, konnte ich Ihnen ein bisschen behilflich sein, wie Sie für sich sicher sein können, welche der Münzen sich eignet. Wir werden all diese drei Produkte unter dem Video verlinken. Es sind auf jeden Fall die Bestseller. Es gibt noch so ein paar besondere Münzen im Onlineshop wie den Kangaroo Nugget und so weiter, die sich auch sehr gut verkaufen, aber momentan sind das die Top 3 Münzen. Wie gesagt, sicherheitstechnisch ist der Maple Leaf und die Britannia etwas voraus, aber den Krügerand kennt man eben in mehr Ländern. Den kennt wahrscheinlich sogar der Nachbar, der noch nie was von Gold oder verschiedenen Goldmünzen gehört hat und deswegen glaube ich auch, dass der Krügerand nach wie vor seine Daseinsberechtigung hat. Wichtig ist eben, bei einer seriösen Quelle zu kaufen. Wenn man das nicht tut, sollte man zumindest prüfen, ob es sich um eine echte Münze handelt. Ich freue mich, dass Sie bis zum Ende drangeblieben sind. Wie gesagt, unter dem Video finden Sie die einzelnen Produkte verlinkt. Abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass wir dort mit 1200 Videos mittlerweile führend am europäischen und auch global gesehen sind. Was die Masse und die Qualität der Videos betrifft, da bin ich mir sehr sicher, sind wir ebenfalls sehr, sehr gut dabei und ich freue mich, wenn wir Sie hier bald wieder begrüßen dürfen. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen.